Hier haben wir einen Objektivadapter, mit dem M42 Objektive an die Samsung NX angebracht werden können. Hier hinten an der schwarzen Seite, da kommt die Kamera dran und hier vorne wird das Fremdobjektiv eingeschraubt. M42 ist ein Schraubgewinde, kein Bajonettanschluss. Das wird tatsächlich hier einfach hineingedreht und schon ist die Fremdoptik bereit, an die Samsung NX angebracht zu werden. Es empfiehlt sich immer, die Optik zunächst mit dem Adapter zu verbinden, dann ist hier hinten oder durch alles geschlossen und es kann nicht allzu viel Staub dann beim Objektivwechsel auf die Kamera kommen. Hier wird man der Kamera, Objektiv abmachen und dann das Fremdobjektiv mit dem Adapter aufbringen. Der Adapter ist mit einer Markierung ausgestattet, genauso wie das Kamerabajonett. Diese beiden aufeinander bringen und dann schnappt das Bajonett ein. Jetzt ist die Kamera bereit, mit diesem Objektiv hier Fotos zu machen. Die Blende und auch der Fokus werden bei diesen Objektiven manuell eingestellt. Der Adapter ist nicht in der Lage, eine elektronische Verbindung zwischen Kamera und Objektiv herzustellen. Dann, ja, so insgesamt immer noch sehr kompakt alles. Kleine Optik an einer kleinen Kamera lässt sich gut handhaben. Alles wieder auseinander bekommt man, wie beim normalen Objektivwechsel, vorne den Adapter, dann das Bajonett lösen und abnehmen und die eigene Optik wieder auf die Kamera. Damit ist die Kamera erstmal wieder in ihrem Urzustand und dann kann man natürlich auch den Adapter noch wieder von dem Objektiv trennen, abschrauben, so wie er vorher aufgeschraubt wurde. Und das Objektiv ist dann auch wieder in seiner Originalumgebung einsetzbar. Tja, praktischer Adapter, um vorhandene oder auch günstig ersteigerte Objektive an der Samsung NX zu benutzen.